So, willkommen zurück zum Fosti-Fest. Wir haben einen befristeten Modus Winter Breakaway, den wir jetzt mal ausprobieren. Sieht ja erstmal aus, wenn der mit nem Puck, oder? Ja, au. Ich frag mich grad, ob dieses Breakaway immer dieses mit dem Wärmesucher-Dings da war, oder Wärmesucher nicht, aber... Wo das Ding automatisch aufs Tor zuknallt, das wär scheiße. Oh. So in der Form hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir, glaube ich, mal mit dem Dwajo vor... Ja, fies gar nicht. Letzte Season auf jeden Fall nicht. Ich glaub, der hat wirklich drauf gewartet, dass ich gegen den Puck fahre, damit der Abpraller möglichst aufs Tor zugeht. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Huiiii. Huiiii. Oh. Mist, da wollte ich ihn elegant annehmen. Hat nicht geklappt. Oh, schön. Ah, das war... Da hat nicht viel fehlt. War gut. War gut. Ah, Mist, den hätte ich jetzt nur noch seitlich kriegen müssen. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Aha. Oh, der wär... Da war eigentlich Zucker, der Pass. Ja. Auf geht's. Der Pass war auch schön. Der war schön. Nein. So was ist natürlich gefährlich, wenn alle vorne sind. Da muss ich die Treffen durch uns durch und ist auf dem Weg zum Tor. Ich bleib hinten. Ist mir zu unsicher hier. Er prallt ab. Wow. Ja und genau sowas meine ich. Okay. Das ist so wichtig. Oh, schön happy red. Mist, eigentlich habe ich ja hofft, dass der jetzt gegen die Decke prallt. Das war wohl nix. Oh, schön. 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 Schade. Oh, schön. Scheiße. Oh, schön. 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 Oh. 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 ich habe gar nicht mitgekriegt das ist so kurz vor dem tor stand ah leck mich Und, oh, das geht... Ey, scheiße, Mann. Oh, oh. An, an, an. Ja, der kommt nicht schlecht. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. So. Ist ja ein Match hier nur schon in der Folge. Jetzt haben wir schon bald die doppelte Zeit. Nein. Nein. Puh. Aber immerhin zwei Vorlagen, ne? Krass. Und ich war auch noch MVP. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Oder können wir schon was einlösen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Also, nächste Folge machen wir nochmal so, Mensch. Spitze, bitte. Dann gebe ich ein bisschen. Dann, guckst denouen. Dann eht. Vielen Dank.